ich hab solche Stiehlhaare hier, und wenn ich dran denke, die ganze Prüfung, mit den Maten, Schlangen, Ratten, Mäus, Schleim und was weiß ich alles, und dann auch hier die Maps aus der Blues, bei den Stiehlhaaren hier. Ich dran denke, früher war alles anders, da war ich im Fernseher am laufenden Band hier, der Preis ist heiß und so weiter, und jetzt hier, kein Arsch krezt sich nach mir.